Erstmal eine neue Aufnahme machen können wir es vom King aka die Pups der Bruder, ja. Alter. Aber Korra. Korra. Korra? Ma Korra. Oh, ich hab gedacht Korra, die ist voll geil, die Schlampe von Avatar. Ja, genau. Echt? Ja, natürlich. Der Shane hat ein Dora Porno auf dem Handy. Der hat von Alters ein Porno. Dora Porno? Wie kann man Dora Pornos? Das bestimmt auch ein Porno von den Pigmen aus Madagaskar. Oh, Mann. Ich hab auch nicht so ein ZZ, Mann. Wie kann ein Privates gibt einem Blast? Was? Wer bläst wer ein? Privates, gib mal ein. Henselskirberhaft. Henselskirberhaft. Und dann... ...tut Mord King Julian einblasen. Das machen du gut, Mord. Morisa, bringe mal mit dir neues Glidegel. Mal empfehlen sich schon ein bisschen zu trocken. Morisa, lege gerade mal meinen Sack. Der Wind sieht aus seiner Zunge. Der sehnt sich da mal. Du lege mal. Sieh mich gut, Morisa. Aber ich klinge die Schulden mit einem Badam eingefickt, Alter. Die zwei Gaurellas. Oh, Mann. Die schieben dich gegen welche Banane im Arsch. Und die schieben uns abnutzen. Und dann haben die eine Banane im Arsch gehocken sich hin. Oh, oi. Oh, Mann, Alter. Painful as fuck. Hä, Shane hat auch Pornos auf dem Handy, wo Sandy mit Spongebob kommt. We? Sandy und Spongebob. Warum? Warum? Ey, Junge. Was ist denn da gemacht? Ernsthaft? Natürlich hat er mir schon mal gesagt. Oh, Mann. Wie ich Spongebob Sandy finde. Also, irgendwie ist jeder mal so ein Beweis, dass alle Menschen aus Karlstein irgendwie vorhin ein Dachstaden haben. Ist eigentlich. Oh, please. Oh, jetzt doch. Shane, hieß das an. Das ist doch voll normal in Karlstein, bitte. Da gibt's nur Cartoon-Pornos. Auf der großen Leinwand sogar. Alle wechseln sich ein. Gibt's gar nichts anderes mehr. Vor allem wenn ich hierherkomm, wie du willst dich. Ich muss dich. Als Maul. Jetzt kommt doch jetzt mal rum. Fügt dich. Alter, fügt dich selbst. Der Spaß. Artenkin eskaliert. Yeah, Babkin. Du bist süß. 4 3 2 2 1 1 5 Das ist so... Backpack, hochsack, hochsack, Backpack Nist starten Ester Bluta Blut 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 Bl machen alles muss zuschauen ja wahrscheinlich mal aber da hat mich der bitch gehauen und ich tue böse sachen wieso ich doch richtig baba bombe alter nein nicht der schon wieder nicht schon wieder diese hässliche schildkröte ich bitte nicht die fickt mein leben man vor der schildkröte ja das ist michelangelo aber ich krieg aber trotzdem das geht runter Du Scheiß-Sushi-Lutsche, du! Du Sushi-Lutsche! Ja, Sushi-Lutsche! Was ist Sushi-Lutsche? Was ist Sushi-Lutsche? War doch so klar! Du hässliches, fette, fette Schildkröte, Mann! Fette, fette Sushi-Lutsche! Ja! Ja! Ich hab' den Fassel-Penis, Mann! Oh, Alter! Hehehe! Willst du den mal sehen? Niemand will den Kleinschen nicht besorfen! Ich knasche den Kleinschen in die Ohren! Ah! Oh, Bobby! Oh, hör! Bobby! Oh, du bist so süß! Hä? Hä? Hörtschuh! Hörtschuh! Manu hast du eigentlich Zeit für alle gemacht! Ja, natürlich! Hörtschuh! 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 Warum bewegst du dich nicht? Bumking! Bumking! Ja, das ist so! Hörtschuh! Immer rüber einschließen! Oh, Alter! Bumking! Da,Thatschuh! Sohn! Wo, bahun! Wohaarghisen, Mann! Ha, haha... DhyI Der auch schön, aufgedämpft! Ja, hierhin ist auch gestorben! Ja. Oh Mann, Alter. Beste Leben, Alter. Ja, Mann, wenn ihr meint... Jawoll, jawoll. Ja, geil. Was ist das? Alter, diese Schildkröte gehört so kaputtgehaut. Junge, du hässliche, fette Schildkröte, Mann. Ich finde sie... Ja, ist klar, Mann. Ha, ich hab die Schildkröte gefickt, Alter. Aber ich hab dazu... Komm her, Mann. Komm her. Nein. Alter. Was für Hube. Ey, das hängt irgendwie voll. Ich glaube, ich stelle den Part... Ich glaube, ich stelle den Part, Alessia hat Sex mit Schildkröten. Junge, halt's Maul an Scheiß, nennst du. Die ficken mein Leben, Mann. Ja, sag ich doch, Alessia hat Sex mit Schildkröten. Junge, ich geh raus und die... Die ficken mich zu viel. Ich hasse diesen Sinn, Alter, der ist so OP. Sex mit Schildkröten. Ich ficken dich. Und er hat mich gefickt, war ja so klar. Alter, verpisst euch, ihr Huren. Oh, nein, die... Oh, Alter. Jetzt bin ich auch noch hier bei uns. Tyra, fick den doch, Mann. Du hast einen Scheiß-Stimmel. Junge, was mach ich? Was mach ich da für eine Scheiße? Das war mir die ganze Zeit schon, Alter. Alter. Tja. Oh, stink. Nur wenn ihr fackt mich voll ab, verpisst euch mal, Mann, ihr Missgeburten. Was los mit euch? Sucht euch mal zu Hause. Sucht euch mal zu Hause. Ey, der Sinn hat sie nicht mehr alle. Ich glaube, seine Mutter hat einen Torf ins Gesicht geschissen. Die sieht auch so aus. Nein, du wirst sterben, du Missgeburt, Alter. Du richtiger Slump, du, du, du Peach. Komm her, Mann. Du Peach. Was ist der Peach? Marcel, ist der Makro? Ja, ich seh ihn schon. La fiste Büt, ich schick ihn dich. Alter, dieser Schildkröte. Du Hure. Ja, natürlich kommt da wieder dieser scheißerfickte Victor, Alter. Ich bin gleich da, Leute. Ich hab' mir gefickt, Alter. 15 Sekunden remaining. Guck mal, wie sich jetzt rasiert, aber komm mal, du misst. Ich komm mal, du misst. Komm mal, du misst. Nein, rennen. NEE, ich leg mich ja nur. Oh, der Z wear. Ja, ich bin tot. Der hat die Fags noch. Nein. Kannst du mir auch Paar Infos geben? Mann. Ich bin schon da hoch, der Bob King! Bob King! Wer hat das gemacht? Ich! Ich will es nicht! Ich verschille es nicht! Bob King! Ich! Bob King! Begeist ihn! Ich bin zufrieden! Bob King! Bob King! Bob King! Ich bin echt voll Baba! Oh nein! Ich hätte wieder gequält! Aber ich habe nicht zu viel nach Hilfe! Ob dieser Makor so gut? Ey, der Typ, was hin geht halt nur auf mich drauf! Eigentlich schon, ja! Du hässliche Missgeburt, alter! Du hässliche Missgeburt! Du hässliche Missgeburt! Du hässliche Missgeburt! Dein Geld ist dick! Geld ist dick! Ah, fuck! Ey, ich habe viel nach Prozent eingenommen, dass wir noch ein Krieg kriegen, alter! Das ist Patronix, man weiß warum! Im Sinn! Nein, nein, das ist Kana! Genau, nimm alle deine! Na, Gott, dammit, damm! Alte! Egal! Was? 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 Ja, natürlich! Wie ist das denn jetzt? All kommt schon, man! Nein! Nein! Einfach nur nein! Ich weine gleich halt, echt, ne! Ich, ich schaff's nicht mehr! Halt die Fresse, du Missgeburt! Ja, 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 nein! Oh, fuck up, Mann! Da kommt der Scheiß-Sinn um die Ecke! Ich so, der ist so OP, der Mige! Und, oh, Bobby! Ah, alter Junge, das ist doch nicht den Scheiß-Ernst! Und ich stehe da wieder diese Schildkröte, Junge! Das ist doch mal kurz! Ja! Ja! Jawoll! Ja! Mann! Ja, jetzt geht's vorwärts! Vorwärts! Ich f***! Ich f***! Ich f***! Ich f***! Ich f***! Ich f***! Da ist, da ist, da ist, da ist, da ist, da drin, da ist da drin! Oh nein, die Schuldkröte! Alter! Die da ruhe in Sohl, gehört so kaputtgehaut! Oh, Mann! F***! Ich f***! Ich f***! Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Du H***? Du, komm doch hierher, du scheiß-Muschi! Ich f***! Ich f***! Ich f***! Komm, du Mistgebot! Oh, Alter! Du fickst mich nicht nochmal! Ja, ey, du Mistgebot! Komm, ey! Ich klicke, du überpowert! Mann, ist der Scheiß-Champion! Der ging mir hart auf dem Sack! Ich so, alter! Der geht mir echt vor oft Nerven! man in der maru nein das war er nicht es war diese blöde schnittgröte ja und dann kommt sie um die ecke man wie op ist der typ gerade bitte das ist meine freige freige ist bei der freige nun ich bin hübschen die tippen die tippen Ja genau, da war doch eine Bitch hinter mir, kleine fette Slut, Alter. Jetzt holt mich Ying, Alter. Alter, ich hab gar nicht keinen Bock mehr, man. Ying ist bösgeil, Alter. Einen Alter, dieses Schildkröte? Ist so. Und dieser Sinn, Alter. Da ist gar kein Sinn. Du bist so auf die Eier, Alter. Ja genau. Natürlich speck doch von hinten in dieser Scheißpastard. so lange für seine scheiß superkrieg auf könig machen feiert Daniel 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 alle 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 hört mal zu hört mal zu hallo ja alter bist so anstrengt Junge da fragt ein 18-jähriger das ist doch dumm, Leute die heimst wieder weg da geht der hat auf den sack ja weil die nicht mal ich würde ich könnte weinen wenn ich sowas höre was denn ja ich habe gerade versucht aber es geht nicht das klappt nicht und da ist das komplette team ist ja gerade warte mal genau ich bin auf meinem weg ja das ganze vergessen das war's ich hab jetzt keine bockung wie die schmerz hier ich guck jetzt mal fort nach fünf minuten ich bin nicht so gut ja lässt du uns heben, du wolltest irgendwas erzählen? ja, darfst du es nicht sagen? doch mal, ich kenn dich ja ok ich darf es euch sagen hört sie mir zu? ja klar ja